Liebe Pfaffenhofnerinnen und Pfaffenhofner, grüß euch, schön, dass wir da sein dürfen. Ich bin der Christoph Schöne vom Comikaze, das ist ein Comicverein aus München und wir haben heute hier im Pfaffenhofner Rathaus unsere Ausstellung Bier alles über den Durst eröffnen dürfen. Darum geht es um 10.000 Jahre Kulturgeschichte, nicht mehr und nicht weniger. Viel Spaß damit! Musik Ja, es freut mich sehr, dass diese Vernissage heute Abend so gut besucht war. Und was mich noch mehr freut ist, dass uns die Stadt Pfaffenhofen hier die Räumlichkeit zur Verfügung gestellt hat. Also erstmals in diesem großen Rahmen hier im Pfaffenhofner eine Comicausstellung präsentieren zu dürfen. Und ja, ich würde auch alle herzlich einladen, diese Ausstellung zu besuchen und die läuft noch bis zum 4. März. Also Sie sind alle herzlich willkommen! Musik 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 Musik